Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, heute auf Schweizerdeutsch. Irgendjemand hat so Sachen versteckt, glaube ich. Wir müssen diese Sachen finden und geben so Hinweise. Sie hat ihn noch nicht gemacht. Und wir sind gerade vom Biken gekommen, wie man sieht. Schaut, ich feiere dich. Wir sollten an einem Abend rausgehen und die Weise suchen. Und dann gehen wir einfach los. Also ja. Irgendjemand hat so etwas erzählt. Beim Briefkasten ist das erste Hinweis. Ja. Leuchtet ein bisschen wie der Lampen. Nein. Ich habe ihn gefunden. Okay, lese ihn vor. Dort aufhalten und dann halten ihn in die Kamera. Warte, Lilo. Warte, Lilo. Lese ihn unten, Anish. Lese ihn unten. Warte, schnell. Also ihr seid hier. Bei einem Briefkasten findest du den zweiten Hinweis. Okay. Was ist noch daran Hinweis? Wir sind eben gerade vom Biken gekommen, wie man sieht. Wie man es eben sieht, zum zweiten Mal. Ja. Leuchtet, sonst sehen die Leute nichts. Leuchtet einfach an Boden. Leuchtet einfach an Boden. Wir machen das... Also wir machen das... Also wir machen das... Oh, Junge. Er hat gesagt, da hinten die Sonne. Richtig schön. Wo ist der Mond? Ah, ja. Mond. Ha, geh. Ich und die Planeten. Ja, weisst du, wer ist noch im Lager? Ja. Das ist 6 Tonnen. Was ist das für ein Elf? Irgendwie im Tonnen etwas. Kommt! Kommt! Wo? Kommt! 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 Wenn es wird, muss jeder von den Flüssen, dann muss er irgendwo bei der Kuss sein. Ich muss mal hier schauen, ja. Also hier noch... Leuchtet! Man sieht nichts! Das ist jetzt ein Hebeis. Es ist jetzt heute ein Hebeis. Das haben wir gesehen. Nein! Ihr mögt... Ihr mögt... Irrigen Namen! Das ist schwierig, aber... Ja, mein Gott! Haben wir geliebt, oder was ist denn passiert? Das ist, was ich geliebt! Ja, das sehen wir eigentlich auch nicht, oder? Wer ist? Ihr habt... Briefkasten... Briefkasten... ...gefunden... Ihr müsst laufen! Oha! Leuchtet, Junge! Wir sagen laufen! Leuchtet einfach so voraus und impfen wir nachher. Komm! Also das ist... Eben! Also wer... Also wer... Hä? Was für... Ich weiss nicht, ob ihr es auf YouTube zeigen darf. Bitte, YouTube, gebt mir noch keinen Strike, please! Dort hinten ist wieder die Sonne! Nein! Es ist der Mond! Kei! Ey, er kommt vom Planeten Mars! Eben! Ja, die ist da unten! Ja, die ist da unten! Wir wollen einfach laufen! Nein! Aber sie sehen aber nicht, ob wir geradeaus gehen wollen! Ey, Leute! Leute! Schaut mal, um sein Gesicht an! Er kommt vom Planeten Mars! Ich muss noch runterlaufen! Ja! Ja! Da sind wir bestimmt noch nicht! Da leuchtet, aber da wird alles wieder dunkel! Wieso habt ihr keine Taschenlampe mitgenommen? Eben! Ja, aber wir hätten... Ah, seid ihr kaputt in eurer Kappe! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Sonne, oh, oh, go! Oh, my God! 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 Wo? Zeiget! Wo habt ihr etwas gesehen? Ich sehe nicht, Herr Stasi! Aber nein, aber nicht! Wir haben ja noch keine zweite oder dritte Hinsicht! Ich mache ein bisschen Bargur mit der Cam in die Hand! Sollt ihr doch faggen! Mama! Oh! Ich mache Parkour, komm! GoPro! GoPro! Ich habe mein Handy auch hierher, damit er das gesagt hat! Okay, zeiget die Lichter drauf, sonst sagt es die Leute nicht! Also wir können es leichter pfeilen, oder? Ja! Da unten... GoPro wieder anmachen! Also ich nehme mir mein Handy auf, ich bin einfach dumm! Ich habe ein Brunnen! Ja! Ich habe nicht mehr den Blatt und lautet! Das geht um das Brunnen! Ich habe es hier raus! Beim Brunnen! Warte! 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 Hier ist der Punkt. Wir haben einen Kniede. Oha. Komm gut. Was ist mit dem passiert? Markiere den Punkt. Was müssen wir? Wir müssen den Punkt markieren. Mit der Kniede. Okay gut, das sollte reichen. Jetzt wissen wir es. Geben wir es. Hä? Hä? Oha. Ja, voll. Okay, du kannst mal klein. Du kannst gerne nehmen. Nein, nehmen wir sie. Okay. Los. Was ist das? Ich gehe mal hier rauf. Wir müssen markieren. So etwas. Mach hier, Leute. Das hast du er gemalt. Hey, Leute. Schreibt mir die Kommentare, ob es dir eigentlich fallen sei. Was? Hey, auf was? Ja, ja. Wegen dem Strich. Aha, wegen dem Strich. Du hast schon ein bisschen drin. Ich will es mal lesen. Ich will es mal lesen. Leuchtet einfach hier am Boden. Komm das Auto. Aber egal. Wir müssen die Autonummer rausschneiden. Also das ist die Nummer 5. Ihr habt es gesehen? Nein, man sieht es nicht. Doch, hier. Doch, hier. Also ich lese. Gut. Gut habt ihr den Brunnen markiert. Wenn ja, dann läuft zu einem Haus, wo man baut. Wir sind immer noch vom Biken gekommen. Ja. Du musst das mal durch. Junge. Dir. Bleib. Ich habe es. Ich bin einfach King, Mann. Ich bin einfach King. Darf ich mal lesen? Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll, Junge. Ich kann nicht lesen. Hey, wieso? Schon wieder? Hä? Ich kann es nicht. Leuchtet rein! Das ist nichts. Was? Tust du hier oben rein? Warte. Darf ich kurz? Leucht mal oben rein. Weil die Nummer ist es nicht. Du bist drin. Mach mal. Aber es ist sexy. Es kann gar nichts sein. Leuchtet schnell. Scheiße. Warte. Das ist drin. Nein, das ist nichts mehr. Vielleicht muss man einfach beim nächsten Briefkasten. Beim nächsten Briefkasten. Kommt einfach weiter. Vielleicht kann ich ja. Du! Schon wieder? Du kannst es nicht lesen. Ich muss. Es ist sicher ein falsches Raum. Also, die Leute haben gesagt, es ist 7 Uhr. Ja, man sieht es nicht. Gar nicht, aber ja. 7 Uhr. Gut. Also. Gut. Ihr seid fertig. Geht weiter. Passt dabei. Kommt uns irgendein Geschenk oder so? Nein. Aber nur von einem Handy. Ja. Also so ein Mordchen. Ein Mordchen. Nein. Junge. Leuchtet. Man sieht nichts. Hallo. Ja, da vorne glaubst du ein Brief. Dort unten liegt ein Brief. Ah nein, das ist ein Stein. Ja. Kannst du ein Zähnchen für die Gläschen? Nicht. Nicht, es kann sie. Vielleicht hat sie noch ein Zehnel. Noch ein Zehnel hier. Warte. Das nicht mal. Also zeig mal das Gläschen. Also das Gläschen im Gläschen. Das sind so Emojis und so. Das war drin. Mann, ich lese ein Junge. Du weißt uns das nicht. Das schauen wir dir mal an. Das ist ein riesig langer Text. Das haben wir jetzt vorne. Ah, das sind auch Biss-Perlen-Scheisse. Wie wird die Sachen geordnet? Schaut mal. Lernen wir jetzt einfach mal hier aus. Und auf den Ort nehmen. Schaut mal. Aber dafür, dass wir so nett sind. Ich werde ja eine Zirrte-Fee kommen. Also wir müssen noch etwas machen, dass wir auf 10 Minuten kommen. Warte, wir müssen aber nachher ein neues Video vorschlagen doch hier nicht. Also ich würde... Hey, so ein neues. Es geht da, Junge. Warte, wir machen einfach das Ding fertig. Dann machen wir einfach ein neues Video. Wie weisst du auf YouTube? Wie weisst du auf YouTube? Marke A. Marke A. M. M. A. R. K. Y-Abstand A. Und dann das. So würde ich es machen. Sie haben das, liebe... Also ich gehe jetzt schnell aufs Trampolin und dann mache ich ein Salto und ihr seid dabei. Komm, Hamed. Und dann sagt ihr das. Jemand muss mir leuchten. Komm, bitte! Levin! Levin, lauf! Leonie, lauf! Leonie, lauf! Leonie, lauf! Leonie, lauf! Er gibt es dir nachher wieder. Levin, leucht schnell aufs Trampolin, bitte. Sonst hat die Leute nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr etwas gesehen habt. Aber... Ja, mich verschluckt. Hey, lass dich kommen! Teleportation! 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 Und wir sind hier wieder. Also... Leute! Am Boden! Ist das alles oder kommt noch etwas? Weiss nicht. Wieso ist das zugeklebt? Sie hat gesagt, das 8. Schaut ihr alles, dann schaut es an. Okay? Ich und meine Freunde schaue das, aber lege nach! Aber komm, wir machen ein neues Video an! Was? Also, das war es mit dem Video. Und ja... Wollen wir noch ein neues Video machen? Ja, dann gibt es noch ein Teil 2. Tschüss! Tschüss!